ah ja 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 rennt doch einfach irgendwo über die straße ja das ist noch so ein geiler bug an also an brücken hier an brücken haben die npcs noch ein paar paar probleme what the fuck ich glaube an der stelle hatte ich das vorhin auch schon mal deswegen gehe ich jetzt noch mal in die außenperspektive weil ich wollte mir das noch mal beguttern kann ich noch ein stück zurück ohne gleich einen unfall zu verursachen kommt leute wenn ihr an mir vorbeifahren wollt könnt ihr das gerne machen ich stelle mich an die seite möchte mir noch mal kurz das spektakel angucken ach jetzt sind sie vorbeigehüpft alle schade derzeit ich rücklauf gefahren bin sind sie alle an der brücke vorbei gesprungen aber es war sah schon irgendwie witzig aus da muss man ein bisschen aufpassen bei den sechs was war das jetzt sechs stunden 28 das merke ich mal also ungefähr bei sechs stunden auch die leute die ich kenne also die die ich